Das habe ich bei Santana gelernt. Kann ich ein bisschen dämonisches Licht bekommen, bitte? Dämonisch? Ja. Durch den Straubinger Forst schleicht Wilhelm Walter Würgegern. Er ist ein Vertreter des Kleinwürgertums und er macht einen sehr vertrauenserweckenden Eindruck. Sein bester Freund wohnte in einem großen Haus gegenüber dem Friedhof. Jetzt wohnt sein bester Freund gegenüber dem großen Haus. Er schreitet durch das Weltkrieg, es ist Mitternacht und er lächelt verschwiegen. Er kommt auf eine Lichtung, da steht ein kleines, kleines Häuschen. Er klopft an die kleine, kleine Tür. Der Hausherr ruft Erricht. Wer ist da? Hier ist Wilhelm Walter Würgegern. Liebling, Besuch für dich!